ok und dann können wir hier kugel sonne und mond was langsamer rollen das war voll einfach und nix schädel sieht auch sehr geil aus ich speichere nochmal ganz schnell die ganze zeit erwartet dass da jetzt noch irgendwie was fieses kommt aber das war jetzt voll einfacher das haben wir dann auch fertig reine truhe können wir dann scheinbar noch looten auch wenn ich noch nicht weiß wie und wir können jetzt wieder hier raus wieder zu gar gold sich aber nicht für mich interessieren gerade da oben ist ein vogelkäfig die 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 Oh, oh. 3.000 Leih, holy shit. Noch mehr Vogelkäfige? Hingen die da vorher auch schon? Die hätte ich doch gesehen, oder? Und hier steht jetzt auch nicht... Hä? Die Kiste war vorher auch nicht da. Oh, was ich nicht nachwarte. Der Kistall. Interessant. Hier gibt es also scheinbar neue Sachen. Wird leider nicht angezeigt, ob ich jetzt alles gelootet habe. Deswegen, wir schauen uns mal um. Mir hängt hier noch irgendwo einer von diesen Vogelkäfigen. Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Kollegen hier runterschneiden kann. Das hilft auf jeden Fall noch mal, die Gräber zu untersuchen. Aber alles keine Dinge, die wir kombinieren können. Können wir an denen da oben noch dran? Können wir nicht dran? Können wir auch nicht dran? Okay. Nein, kommen wir nicht hin. Der Zugriff auf die 3. Die ist in keinster Weise besser gewesen, außer dass die einen Schuss mehr tragen kann. Achso warte mal, ich bin ja sehr doof, ich kann die einfach verkaufen. Da bin ich da Geld für. Wegschmeißen. Gut, dass das Spiel eingebaut hat, dass man keine Waffen wegschmeißen kann. Das hätte ich jetzt möglicherweise echt viel Geld verschwendet. Hey, Luke! Na? Wo hat... Der verhüllt mich doch gerade. So, Flakon Weine. A2. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Nein, gar nicht. Roser Kristall. Vivian Needs. Kristalline Schädel haben wir 4. Wir können Angie verkaufen. Halskette mit 2 Fassungen noch nicht. Freude Madalina, 20.000. Ein Onyx Schädel für 15.000. Und die Waffe. Das war die... M1887. Ja, für 21.000. Verkaufen wir auch. Kriegen 95.600 raus. Geil. Ah, Frau Dein Angie. Herz aller Liebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? Und wie ich sehe, wir können dann hier erstmal... Obwohl, ne, warte, bevor ich das hier mache. Wir können bei der Rifle die Feuerkraft erhöhen. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Dann das hier. Magazingröße würde ich hier aber mitnehmen auf 6 Schuss. Dann, äh... Feuerrate... 150. 170. Ich habe gerade aufgestockt. Explosivgeschosse herstellen. Blendgeschosse. Das sind die Rezepte. Ähm... Für 4.530 Schuss mitnehmen. Eine interessante Wahl. Für 10.000 nochmal je 10 Schuss. Das ist die Flinte, die wir verkauft haben. Rohrbombe. Verbesserter Griff. M1911. Vermittelnrückstoß beträchtlich. Wie? 870 Tuck. Für eine Flinte vermittelnrückstoß beträchtlich. 12.000. Warte mal. M1911. Das ist das, ähm... Die M1897. Das ist die Flinte. Und die M1911. Vermittelnrückstoß beträchtlich. 12.000. Das ist die andere Pistole. Wir können für 10.000 noch Scharfschutzmunition mitnehmen. Mal erst mal noch nicht, ne? Mal wieder den Rückstoß. Mal erst mal noch nicht, ne? Mal wieder den Rückstoß. erhöhen. Stoßkompensator. Komm, ich mach das mal mit dem Rückstoß. Ja. Hat die jetzt... Okay, nee, doch nicht. Verbesserter Griff. Ich dachte, das wird vielleicht die Feuerkraft erhöhen. Die Lemi ist halt Stand jetzt einfach besser, ne? Da passt mehr rein, hat mehr Damage. Ich könnte den Damage sogar noch erhöhen. Komm, wir machen's. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Theoretisch, die Magazingröße könnten wir noch erhöhen. Ich würde ja eigentlich gerne tauschen, aber... Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Die ist halt einfach besser, ne? Okay, Geflügel im Besitz. Ah, nee, wir haben Geflügel. Wir brauchen noch ein Wild. Okay. Hals und... Beinbruch. Beinbruch. Mhm. Äh, warte mal. Oder sollte ich die vielleicht einfach irgendwann verkaufen? Äh, warte mal. Objekte stapeln. Okay. Warum kann ich die nicht stapeln? Äh, ist doch Weißrohrbombe. Warum kann ich die nur... Nee, aber das... Hä? Warum kann ich die nicht stapeln? Warte mal, wenn ich jetzt... Der Heldzugriff, wenn ich das mal auf die vier packe. Das war merkwürdig. Also wir haben noch einen Dietrich. Scharfschützen, Munitionen haben wir aktuell 14. Ich spare hier nochmal ganz kurz hier. Zack. So. Also wir kommen jetzt nach unten. Hier können wir den Dietrich nochmal eben einsetzen. Hat hier noch irgendwas verändert? Bin mir sicher. Dittrich? Ein bisschen Flinten-Munition. Dankeschön. Da haben wir jetzt die. Genau. Wir haben den Schlüssel des Geigenbauers. Da können wir nochmal eben hin. Dann kriegen wir dort nämlich ein Special-Loot. Nice. Schlüssel des Geigenbauers. Happy Birthday. Oh, sind wir noch in der 2017? Ein bisschen Pistolen-Munition. Da sage ich nicht nein. Ich habe hier aber nicht wieder irgendwas mit dem Dietrich. Das wäre jetzt sehr frustrierend. Ich nehme wohl gern einen Dietrich mit. Die Chemikalien. Noch mehr Pistolen-Munition. Noch mehr Pistolen-Munition. Also sehr viele Geigen. Gut, ist jetzt für einen Geigenbauer jetzt nicht untypisch. Ich werde ihren fünften Geburtsdatum nie vergessen. Ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht das Geburtsdatum ist. Das war so auffällig gewesen. Und das bestätigt mich jetzt darin. Okay. 27.09.2017. Aber das sind drei Kerzen. Das heißt, es wird 27.09.19 sein. Mal. 27.09.19. Ich dachte, ich wäre jetzt Genius und dann sowas. Stahl-Rass-Welge. Okay, das können wir mit Sicherheit verkaufen. Erweitertes Magazin für die Rifle. Okay. Teil ausrüsten. Und wir können jetzt neun Schuss insgesamt da reinladen. Die wir jetzt auch direkt bekommen haben. Aber die waren quasi inklusive, die fünf zusätzlichen Schüsse. Ja. Sehr wertvoll. Stahl-Welge des Wesens aus der nordischen Mythologie. Wie gesagt mir allerdings gar nichts, dieser Vogel. Dann haben wir das auch gefunden. Aber wir haben hier immer noch rot. Wir sind hier also noch nicht fertig. Hier ist noch eine Leiter an der Decke. Warum auch immer. Hier scheint hier also noch was zu geben. Ich habe hier irgendwo etwas übersehen. Das ist tatsächlich noch rot. Hä? Warte mal. Habe ich hier etwas übersehen? Wo ist denn hier noch was? Das hatten wir schon gesehen. Struktika 763934 haben auch sehr viele probiert da. Ah. Gelb-Quarz haben wir hier noch. Auch wertvoll. Und damit haben wir es. Das war ja gemein versteckt. Holy shit. Okay. Sehr schön. Dann. Wie gesagt hier. Das rote werden wir wahrscheinlich nicht looten können. Das ärgert mich ein wenig. Wir können jetzt das Ding hier aufmachen. Und damit können wir hier hinten die restlichen Sachen looten. Da sind wir auch noch nicht fertig. What? Okay. Oh. 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 Das haben wir hier scheinbar auch nicht gründlich genug. Ich habe mich zu sehr darauf verlassen, dass es hier noch die Schublade gibt. Was haben wir hier, was noch fehlt? Kann ich auch irgendwo noch ein Kristall, oder? Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Oh. 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 Ich habe die kaputt geschlagen, aber da ist nichts drin. Ich habe die kaputt geschlagen, aber da ist nichts drin. Oh. 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 nicht angreifen auch nichts kann es doch nicht sein das haus ist doch nicht so groß irgendwie ist irgendwas in Kissen drin versteckt aber es ist es nicht warum kann ich das Fenster eigentlich nicht zerschlagen das Glas kann ich immer kaputt machen aber die Fenster nicht aufmachen kann ich hier nichts ich kann die Schublade zumachen schwierig in Bildern sehe ich halt auch nichts könnte irgendwas hinter was entdeckt sein könnte halt überall sein soll das sein also ihr dürft natürlich lieber chat mitraten weil ich ganz offensichtlich bald vor lauter bäumen nicht sehe ich möchte jetzt hier nicht ewig lange in diesem einen haus drin bleiben ist sicher nicht kaputt machen holz nicht das kann ich auch nicht machen und es wäre auch gelbe farbe dran die äpfel sehen aber alle noch sehr gut aus muss ich sagen dafür dass hier das meiste obst schon so verrottet und vergilbt ist springen kann ich auch nicht die sachen kann ich nicht aufmachen hätte halt gedacht hier drin vielleicht wenn ich hier extra das glas kaputt machen kann aber okay ganz in ruhe wir werden das schon finden muss ja irgendwo etwas sein irgendwo muss hier noch etwas versteckt sein wir haben im haus des geigenbauers vorhin auch ganz versteckt einen waz gefunden in einer geige versteckt war hinter den seiten einer geige hier haben wir keine geigen hier haben wir vor allem knoblauch die aussehen wie augen aber mit denen kann ich halt nichts machen da drauf kommen wie ich lustig bin da hinten in der ecke das kann man mal kurz speichern und dann machen wir mal tor nummero drei auf schlüssel mit vier geflügelten embryo da hinten ist die mühle und hier au weg mit dir das mal rein hier rein hier rein 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 genau mit dem werde ich mir sowas von holen den kerl hier Wem werde ich mir sowas von holen? Wem werde ich mir sowas von holen? aber da war ich zu nah dran ja mann ein bisschen schnell die weggekommen ja So. Pistaline Bestie. Ist zwar nicht die feine englische Art gewesen, natürlich, aber ich meine, ich kämpfe halt nur mit den Gebietsvorteilen, die ich hier halt habe. Das ist einfach, das ist strategisch klug. Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergeb mir. He. Also ist derjenige, der bei der Wassermühle nachsehen wollte, nicht Luisas Vater gewesen, sondern irgendwer anders aus ihrem bekannten Familienkreis. Whatever. Wenn wir hochklettern. Das Haus haben wir fertig. Ich spüre davon aus, dass wir dann hier keine weiteren Gäste mehr haben. Was sagt denn unsere Gesundheit? Ah, easy. Alles gut. Der hat uns gar nicht wehgetan. Ich speichere das mal ganz kurz. So, sicher ist sicher. Ich habe, ehrlich gesagt, nämlich keine Lust, den nochmal zu besiegen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020